Damit sie so rühren müssen. Okay, ich drück rechts. Ah, da fliegt die hin. Und der müssen wir jetzt folgen. Hä? Aha, okay, und das machst du immer wieder? Hä? Aber ich seh die gar nicht. Ihr seht die nur, ne? Sie ist ja nur 2 Meter geflogen. Seht ihr die gerade? Ja, wieso seh ich die nicht? Ich seh gar nichts. Ich zeig nur in Richtungen, also nein. Wir sehen die nicht, okay. Mach nochmal. Die ploppt direkt, achso. Und jetzt laufen wir einfach dumm in die Richtung. Und dann? Und wie lange müssen wir jetzt laufen? Laufen wir jetzt einfach stumpf? Alter, wieso hat die Landwirte denn so coole Sachen? Und uns das sieht einfach so scheiße aus. Ich bin tot. Ich kann mich nicht raushelfen hier. Ich bin safe tot. Hier komme ich niemals raus. Dankeschön. Ich hab nix mit. Ich hab nur den scheiß Bogen mit. Mann, ist das aufregend. Ich bin gefangen. Ich bin tot. Hallo, Hilfe. 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 Oh Mann ey. Dieses scheiß Eis. Scheiß Schaf. Ist erledigt. Scheiß Zombie. Hä? Das ist doch hier lang geflogen. Habt ihr falsch geguckt? Der ist doch da lang geflogen. Keine Augen im Kopf? Schnauze, du scheiß Skelett. Was geht hier ab? Ey, wir haben euch verloren. Wo sind die anderen beiden hin? Wir graben schon. Wie, die graben schon. Wieso grabt ihr? Ich will das sehen, was hier passiert. Ich hab das doch noch nie gesehen. Wo graben die Touren? Und das, was soll ich mit dem Auge machen? Werfen. Wieso kann ich dich mit dir touren? Ich hab doch kein Denkungsmuss mit. Als ob. Das ist hier. Ich will jetzt auch sehen. Was ist da? Das ist hier einfach. Das ist hier einfach. Hier kriegst du die Scheiße auf. Aber hier. Äpfel. Und das gibt's in jeder Welt vorgeneriert irgendwie. Oder was? Oh, was ist das denn? Okay. Mehrmals Jahr. Jahrtausendmalmal Jahr. Du hast die Ehre. Was soll ich machen? 100. Okay. 12 Stück. Jetzt wird Rechtsklick hier rein, ja? Mit Rechtsklick. Nicht, dass ich's falsch mache. Bücken vielleicht. Bücken. Ohne Sneaken. Das gibt's in jeder Welt 128 Mal. Sollen wir auf Xerox warten? Ich würd sagen, wer zu spät ist, bestraft das Leben. Alter, was? Das sieht da ganz crazy aus. The End? Da sind ganz viele... Oh, da ist halt Rache. Sniper. What? Bist du da runtergesprungen? Den Sprung schaff ich nicht. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Wetten, ich sterbe? Den Sprung schaff ich niemals. Michi, kannst du mir helfen? Den Sprung schaff ich nicht. Den sprang ich... Den schaff ich nicht. Ich hätte mich auch selber da hinbauen können. Sorry, Michi. Ich hätte mich auch selber da hinbauen können. New Recept Unlocked. Was ist das denn für ein komischer Stein? Wie... Alter, es ist... Total komisch irgendwie. Nicht die Enderman angucken. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich kann ja nicht abschießen. Hä? Haben alle? Die haben alle. What the fuck? Die ist direkt da oben. Wer ist das? Turn? Ne, Monkey. Hä? Greif doch mal an. Was? Macht ja gar nichts. Hey, irgendwer greife ich... Irgendwas greife ich hier an. Ich will nicht sterben. Ich habe nur drei Leben. Heil dich! Boah, habt ihr den Snipe gesehen? Goldapfel? Oh nein! Meine Maus kackt jetzt ab! Meine Maus ist jetzt leer. Das war's? Jetzt? Das war's, Sirius, ich hab's. Wie, ich hab's. Ich will auch. Was hast du? Hier sieht's wieder so crazy aus. Was habt ihr? Was macht ihr? Das Dragon Egg hat er. Okay. Und jetzt? Was ist jetzt der nächste Plan? Hier in der Litre mitnehmen? Dann baue ich die Form jetzt fertig. Zum Gateway. Okay. Aber da beim Drachen konnte man auch noch rein, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hey, was machst du? Wieso? Ach, da oben hin? Ich hasse es. Mit Maus und Tastatur. Wirklich, ich hasse es. Du drückst einmal ein ganz kleines bisschen nach vorne. Zack, fliegt der 30.000 Meter. Wieder in dieser Pisse, Alter. Mann, ich will das auch sehen. Kann ich da wieder rein? Kann ich da wieder hinlaufen und wieder da rein, Leute? In dieses komische Ding? Und dann euch hinterher. Das reicht niemals, was ich hier an Blöcken habe. Und dann wenn ich das überrascht. Okay. Vielen Dank. Hey, wie komme ich da rein? Leute, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Mit Enderpearl? Ich habe keine Enderpearl. Oder Falltür? Wie Falltür? Eine Traptor? Habe ich nicht. Wie soll ich die enttöten? Guck mal bitte, ich habe nichts ausgerüstet. Ich bin nackt. Tipp dich. Tipp, mach dir ein Dach, was direkt über dir ist. Und bekomme nicht an die Hand. Setz die in ein Boot. Ich habe kein Boot mit. Das ist alles, was ich habe. Oder gehe in Wasser. Ich habe auch kein Wasser. Ich habe gar nichts. Bin nackt hier hin. Wusste ich doch nicht. Wo soll ich das denn wissen? Die sind auch einfach reingesprungen wie die Irren. Die haben ja auch nicht gewartet. Hat richtig Bock gemacht. Die haben ja auch nicht gewartet. Man kann es nicht einfach reingesprungen. Was ist das? Bist du? Spannungsgel Brust. Das ist ja auch nicht. Was ist das? Was ist das? Blöderpenner Blöderpenner